willkommen zurück zur let's play wally letzten part haben wir ganz spektakulär mit der abschluss kapsel als heroin zerstört und mit ihm haben wir auch einmal wieder gespielt recht nah ist und jetzt erst mal speichern meine flasche was meine wasserflasche die ganze zeit um hier das ist ein blöder kauf wenn man sie da hinlegt egal letzten part haben wir halt das haben wir nicht gemacht wir haben kosmische renntstrecke gemacht und rettungskapsel abschluss damit wir schon mal wissen was wir gemacht haben jetzt machen wir durch geknallte roboter ja das wird ganz lustig was doofer hier die romantische also nicht romantik also diese coole szene da wie sie es um schiff fliegen war leider nicht dabei oder zumindest halbwegs angedeutet ja so ganz bisschen war da aber das fand ich eigentlich doch eine recht recht beeindruckende sache im film wenn ich mal vor jahren geguckt habe vielleicht mal wieder mal nachholen auch wie romantisch das habe ich gerade im letzten part schon mal gesagt das ich habe ich 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 gegner abschließen dover hat sich entdeckt neutralisieren der laser okay ein boss fight gegen gober aber der kommt gleich bestimmt wieder zurück na da bist du ja nein 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 die kiste zu wichtig da hast du hast hast du wohl so gedacht gober nene 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 so fangen wir erst gar nicht das an bleibt da schön da hinten nee 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 so leicht kommt mir nicht davon bleibt weg mag ich nicht obwohl der ist eigentlich voll cool naja der sei der blöde der blödes outfit so ach die kiste ist zu wertvoll die kisten sind einfach viel zu wertvoll für mich okay ein an alle kiste zu wichtig 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 kiste meint's meint's code war sehr sharp du hast ja nix zu suchen gober holly was machst du dafür stand noch zwei eine und das war's ja das war wohl nix hättest du gern glück kapitel abgeschlossen und das innerhalb von wort vier minuten das war wahnsinn und alle kisten zerstört das muss sein schütze rätsel ist jetzt verfügbar was auch das weiß okay nächsten abschnitt ich bin bereit das ist wieder so eine verfolgung sagt müllschuss das sieht aus wie eine rutschpartie es tut schon beinahe weh zu den vorbereiten wir sind daheim wie wunderbar das war mir ein vergnügen was macht das spät die pflanze wie hast du sie gefunden wir können wieder nach hause ist das wirklich wahr autopilot sie mal wir reisen nach hause aber sie hat die pflanze gefunden jetzt müssen wir nur noch die pflanze zum holodetektor bringen ich verstehe darauf gegenseitige pflanze das ist meine pflanze wo willst du hin komm zurück das ist meute rei sonder autopilot testen so viel zum thema und der kommt natürlich mit der brille der sauberung spot spielen wir jetzt mal was ist los eine kiste hochruft sich als cool dass wir wieder so ein abschnitt bekommen wo war die wieder runter fliegt nein tötete ich molly stirbt stirb molly stirb 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 ich brauche die kisten das ist es gibt es ja gott sei dank nur einen weg ich will die kisten haben ist der kaputt da 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 so jetzt kann man also rechts und das verfordert ist mir schon viel konzentration tut mir leid ich jetzt nicht so viel rede auch gott was ist das denn für ein weg das sieht aber nicht allzu gesund aus einmal hier aber aha muss ich da einmal durch da einmal durch hallo wenn sie sich nicht so anbauen dreht sich doch mal oben da müssen wir hier wally ein bisschen bewegung waren sind aber wo wir werden viele kisten gesammelt so müssen wir leben juhu nein rechts rechts ach scheiße ah mit weh ich fang gar zu fahren an ich will alle kisten einsamen hier einmal drucken gut zack 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 ne wir müssen andersrum wir müssen es ja so rum machen ich hab Zeit ich hab Zeit ich hab Zeit also nochmal das 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 wir sehen die zwei kisten gut weiter erwischt ach man ich glaub das kann man nicht das ist doch bullshit wally los ach verdammt los stürzt in den tod ich musste irgendwie langsamer werden ich darf die rampe glaub ich nicht benutzen ich müsste so eventuell ein bisschen abbremsen so dass die musik aufweckt ist ist mir ein bisschen egal ne es funktioniert so nicht das muss doch möglich sein hier da mache ich hier irgendwas falsch gibt es einen zweiten weg oder so auf jeden fall ich muss hier damit die drei kisten erwische dann muss ich die drei zerstören dann kommt die zwei dann muss ich hier so exakt ja perfekt gut jetzt kann es weiter gehen so sollte es sein so die drei habe ich auch zerstört die zwei habe ich zerstört den einen habe ich zerstört den das muss ich wohl es muss sein den abect ja alle 50 wals bewegung jetzt da habe ich alle erwischt wahnsinn dut 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 Perfekt, dann wird das auch gemacht. Alle Fotos, die Bienen, Erdekisten, fast perfekt. Eve Reparatur. Das ist, glaube ich, wieder so ein längeres Level. Wenn mich jetzt nichts alles täuscht. Und da sind die ganz, ganz großen Wardys. Und der ist natürlich vor uns da. So, wenn ich mich jetzt nicht täuschte, ist das wieder so ein längeres... Oh, mein Fuß, ein Krampf. Au, 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 au. Okay, ähm, ich schaue mal kurz mal nach. Vielleicht machen wir das ja dann doch noch direkt hier im Anschluss. Ne, das ist wirklich ein größeres Länge-Level. Oh. Oh, da sind wir ja schon fast fertig, der Wahnsinn. Okay, aber ich würde mal sagen, bevor wir die Eve Reparatur machen, machen wir das aber am besten im nächsten Part. Ich hoffe, der Partie hat euch gefallen, so wie immer. Gebt ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder bei WALL-E. Ade.